Das ist der Cellula aus Montebelluna. Das ist der Cellula, so heißt das Modell und der ist vom italienischen Hersteller Diadora, der in Montebelluna tatsächlich ansässig ist. Und dieser Diadora Cellula ist ein komfortabler Trainingsschuh mit einem hohen Mittelsohlenaufbau, 40 mm stark und der Schuh ist konzipiert als Dämpfungsschuh, der sich eignet für lange Strecken und für sehr komfortables Training. So kommen wir zunächst mal zu den technischen Daten dieses Schuhs. Der Diadora Cellula wiegt 280 Gramm in der Mustergröße bei Herren und in der Frauenversion etwa 265 Gramm. Er hat eine Sprengung von 5 mm, die die Ferse höher steht als der Vorfuß und dieses Modell kostet 160 Euro. Ja, Diadora, die italienische Marke, ist vor allen Dingen bekannt durch Volleyballschuhe, Indorschuhe, Tennisschuhe, aber auch vom Fußball. In Italien sehr, sehr bekannt. Ein Hersteller, der auch Tradition hat. 1948 bereits in Montebelluna in Italien gegründet. Montebelluna, das ist so das Schuh- und Outdoorzentrum, kann man sagen, in Italien. Wenn man durch die Stadt durchfährt, das ist wirklich was für Laufenthusiasten, aber auch für Outdoor. Alle 300, 400 Meter findet man dort einen Wegweiser zu einem der Läden von den italienischen Schuhherstellern, die dort alle ansässig sind. Und tatsächlich gehört Diadora auch zu den Manufakturen, beziehungsweise zu den Herstellern, die tatsächlich dort in Montebelluna auch sogar noch eine eigene Schuhfertigung haben. Es werden dort Schuhe in Handarbeit hergestellt, bis zu 120 Paar etwa pro Tag maximal. Das heißt, es sind so Kleinserien, besondere Serien oder eben mal ganz besondere Modelle. Übrigens auch Wettkampfschuhmodelle im Laufschuhbereich. Die werden wir hier später noch mal vorstellen. Also mit anderen Worten, Diadora eine Marke, wo man sich wirklich dem Produkt mit Liebe und großer Hinwendungen zuneigt. Und das merkt man tatsächlich auch hier bei dem Cellula von Diadora. Neues Laufschuhmodell aus der Kategorie der sehr komfortablen, super aufgeschäumten Mittelsohlenschuhe. Das heißt, das ist ein Schuh wirklich für lange Trainingsläufe, so für das Alltagstraining auf festem Untergrund, auf Straße, Beton oder eben auf Gehwegen auf Straßen. Dafür ist dieser Schuh konzipiert. Er fällt damit in eine Kategorie und tatsächlich so unsere ersten Tests mit diesem Schuh kann man ihn vergleichen, etwa mit Schuhn, mit so einem Mittelsohlenaufbau wie hier beim Essex Gel Nimbus, dem aktuellen oder beim Brooks Glitzerin, sieht man auch diesen großen voluminösen Mittelsohlenaufbau, gerade im Fersenbereich. Oder auch ein weiterer Klassiker aus dieser Kategorie ist hier der New Balance Fresh Foam 1080. Und in die Kategorie passt tatsächlich auch der Diadora Cellula rein. Der Aufbau hier in der Mittelsohle beträgt gut 40 Millimeter. Das heißt also, der Rückfuß steht 40 Millimeter über dem Boden. Und dieser Dämpfungsschaum, Animaschaum genannt, ist eine ganz besondere Komposition. Diadora hat da in der Entwicklungsküche in Montebelluna ganz unterschiedliche Schäume entwickelt. Und dieser Schaum, der hier in der Mittelsohle zum Einsatz kommt, ist speziell eben dafür konstruiert worden, dass er sehr viel Dämpfung aufnehmen kann, sehr viel Energie aufnehmen kann und sich sehr komfortabel läuft. Wobei gleichzeitig die Reaktivität um 30 Prozent höher ist als beim normalen vergleichbaren EVI-A-Schaum und das Gewicht gleichzeitig nochmal um 20 Prozent gesunken ist. Wie gesagt, in der Mustergröße wiegt der Cellula deutlich unter 300 Gramm, was also für einen so voluminösen Schuh ein sehr, sehr guter Wert ist. Ein weiterer Punkt, der beim Cellula zu beachten ist, Stabilität in der Mittelsohle ist durchaus da, aber die ist vor allen Dingen gegeben durch die breite Aufsatzfläche des Schuhs und durch die Konstruktion, wo der Fuß beim Aufprall leicht in diesen Schaum, in diesen Mittelsohlenschaum hier einsinkt. Ansonsten hat der Cellula aber keine Stabilitätskriterien bzw. Stabilitätsmerkmale. Und das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, denn der Cellula ist kein Stabilitätsschuh. Das heißt, es ist kein Schuh für Läuferinnen oder Läufer, die einen stabilen Schuh suchen und die eine Führung ihres Fußes im Abrollvorgang suchen. Dann merkt man das auch, wenn man den Schuh leicht tordiert, dann sieht man hier schon, wie flexibel der ist. Ein Vorteil natürlich für alle die, die einen neutralen Ablauf haben im Abrollverhalten des Fußes und die sogenannten Neutralläufer sind. Für die ist dieser Schuh durchaus agil. Man kann mit dem auch mal höheres Tempo laufen und man fühlt sich sehr wohl da drin, zumal er eben, wie gesagt, auch ein relativ geringes Gewicht hat. Aber, wie gesagt, kein Stabilschuh. Drittens, die Einlegesohle. Dritte Eigenschaft, auf die ich dir hinweise. Ich nehme die hier mal raus. Und da sieht man auch die Liebe zum Detail, die da bei Diadora gegeben wird. Und zwar sieht man hier eine dreiteilige Sohle. Man sieht hier diese unterschiedlichen Farbkomponenten und sieht hier auch, dass gerade im Bereich des Arch-Supports, also der Unterstützung des Fußgewölbes, auf der Innenseite ist hier ein etwas härteres Material verbaut. Das heißt, hier hat man durchaus eine kleine Stütze bzw. einen Halt für den Arch, also für den Hohlbereich des Fußes. Und hier im Rückfußbereich hat man auch noch mal ein spezielles Dämpfungselement in der Einlegesohle des Schuhs eingebaut, die den Komfort noch mal zusätzlich erhöht. Das Obermaterial dieses Schuhs, des Cellula, ist, das ist auffällig, wie bei vielen anderen Konstruktionen, ist eine sehr leichte Meshkonstruktion. Man sieht hier, die Übergänge sind alle verklebt. Das heißt, es ist hier im Bereich des Vorfußbereichs, ist keinerlei Naht an dem Obermaterial zu finden. Das heißt, der Schuh sitzt damit sehr bündig am Fuß. Ein weiteres Kriterium, was uns aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ist die relativ lange Zone der Ösen und der Schnürung über den Rückfuß. Das heißt, man kann den Schuh relativ sehr gut justieren, ja, an die Passform im Fußsattelbereich, beziehungsweise im Schuhsattelbereich und kann also den Druck des Schuhs hier sehr gut justieren mit der Schnürung. Kommen wir noch mal zur Sohle, zur Außensohle. Man sieht hier, ich hatte eben darauf hingewiesen, dass der Schuh durch seine Stabilität erreicht durch den flächigen Aufsatz. Und hier sieht man, dass die Außensohle eben eine relativ große Fläche ausmacht und durchgängig ist. Das heißt, hier ist keine Aussparung im Bereich der Mittelsohle, sondern die Sohle ist durchgängig, hat also vollen Kontakt zum Untergrund und bietet dadurch ein sehr weiches Abrollverhalten in Kombination eben mit diesem Mittelschulenschaum. Die Sohle, sieht man hier, ist leicht angedeutete Rockerkonstruktion, also an der Ferse aufgebogen und im Zehenbereich aufgebogen, was also den Abrollvorgang unterstützen soll. Der Cellula ist ein Top-Dämpfungsschuh, hat sich tatsächlich Diadora mit diesem Modell gleich in die wirklich erste Riege auch der neutralen Dämpfungsschuhe mit diesen Superfoams in der Mittelsohle eingereiht. Und der Diadora Cellula ist daher von uns tatsächlich so etwas wie ein Geheimtipp als Alternative im Komfortschuhbereich. Wir sind dann hier noch ein Teil von dort, die Sohle, die Sohle, die Sohle. Das heißt, ich geh mit meinem Sohle, die Sohle, die Sohle, die sohle und die Sohle, die sohle, die sohle.